Na, guck mal einer an. Diese Band sucht ein Kieber, oder? Hm? Na, fickst du nicht? Gänsehaut, kribbeln, fliegen. Mensch, wir sind morgen im Casting. Zeig her. Willst du da einfach mitmachen? Quatsch. Du willst da mitmachen. Mensch, schau mich doch mal an. Die würden niemals jemanden vom Amadeus nehmen. Ich doch viel zu spießig. Stimmt. Es sei denn... Es sei denn was? Ach, sag schon. Sicher? Ja. Du bist bald ein Rocketdyne, jetzt schlägt für den neuen Style. Der Countdown läuft, es ist so weit. Komm, los geht's, wir ziehen dich um. Heute ist uns nicht zu bunt. Wir mixen einfach alle Moden, solange es klaut ist, nichts verboten. Wie sieht das aus? Schon okay. Aber hey, das ist top. Und das ist sowas von hot. Du willst bald ein Rocket sein, ein Treaddy für den neuen Style. Bist du bereit? Bist du bereit? Du willst bald ein Rocket sein, ein Treaddy für den neuen Style. Der Countdown läuft, es ist so weit. Alles okay bei dir? Mehr Pink, mehr Farben, mehr Kajal. Das wird sowas von genial. Schmecken dich, stylen dich, bis nächster Rocket bist. Ein letzter Zupfer, ein letzter Strich. Augen auf, für dein neues Ich. Du willst bald ein Rocket sein, ein Treaddy für den neuen Style. Bist du bereit? Bist du bereit? Du willst bald ein Rocket sein, ein Treaddy für den neuen Style. Der Countdown läuft, es ist so weit. Du bist ein Rocket sein, Ich bin bereit. Ich bin bereit. Du willst ein Rocket sein, Ich bin bereit. Bin ich wirklich bereit?